Holstein Kiel muss bis auf weiteres Aufleistungsträger Kingsley Schindler verzichten Laut Angaben des Zweitliga-Klubs hat sich Schindler einen Außenbandriss im Sprunggelenk zugezogen Über die Ausfallzeit wurden keine Angaben gemacht. Kiel vermeldete lediglich, dass Schindler länger ausfallen wird Der 25-jährige Offensivspieler verletzte sich am Wochenende beim 1 zu 1 Romy gegen den 1 FC Magdeburg. In der bisherigen Saison konnte Schindler in 22 Partien beeindruckende 15 Torbeteiligungen beisteuern, weshalb der 1 FC Köln sich im Winter seine Dienste ab der nächsten Saisons gesichert hat. Der Tabellenzweite der 2 Bundesliga wird deshalb den Genesungsprozess Schindlers genau beobachten